Herzlich willkommen zum Vortrag Good Practices for Secure Kubernetes App Ops. Mein Name ist Johannes Schnatterer von der Cloud-Ugo GmbH und ich hatte eigentlich vor diesem Vortrag heute beim Java-Land 2020 zu halten, was jetzt ja leider aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt wurde. Dank der Unterstützung meiner Cloud-Ugo-Kollegen habe ich jetzt hier die Möglichkeit, euch den Vortrag als Video bereitzustellen und darüber bin ich sehr froh. Legen wir also los. Good Practices for Secure Kubernetes App Ops. Was meine ich damit eigentlich oder was erwartet euch in diesem Vortrag? Zunächst mal möchte ich euch vorstellen, welche eingebauten Bordmittel Kubernetes sozusagen im Bereich Security bietet und wie ihr diese pragmatisch nutzen könnt, um eure Anwendungssicherheit zu erhöhen. Es geht also nicht um die Absicherung der Infrastruktur auf VM- oder Blechebene, sondern mehr um so einen Fall wie, ihr habt euch einen Kubernetes-Cluster provisionieren lassen von der Public Cloud, so ein Managed-Angebot von Amazon oder Google oder Microsoft oder anderen Anbietern oder eure Betriebsabteilung hat euch so ein Ding bereitgestellt und ihr habt darauf jetzt die Möglichkeit, eure Anwendung zu betreiben. Was könnt ihr also tun, um diese Sicherheit der Anwendung zu verbessern auf Kubernetes? Dort gibt es erstmal die drei Bordmittel, die ich euch vorstellen werde jetzt in der nächsten Stunde. Das sind einmal Network Policies, Security Context und die PodSecurity Policies und alle drei haben eine ganze Menge von Optionen. Da stellt sich jetzt natürlich zunächst mal die Frage, sind denn die Standardwerte ausreichend? Sind die sicher genug, secure by default? Ihr werdet es euch schon denken können, der Grund, dass ich diesen Vortrag halte, suggeriert ja meine Meinung zu dem Thema. Ich bin der Meinung, man kann da mit wenig Aufwand viel verbessern. Und genau darum soll es jetzt also gehen. Fangen wir an mit den Network Policies. Network Policies könnt ihr euch vorstellen wie eine Firewall in Kubernetes, eine Art Firewall. Es funktioniert ein bisschen anders und zwar wende ich Network Policies auf Pods an mittels Labels, lose gekoppelt, wie man das aus Kubernetes halt kennt und diese gelten dann innerhalb eines Namespaces. In so einer Network Policy kann ich dann eine Regel festlegen für eingehenden und oder ausgehenden Verkehr, also Ingress oder Egress Traffic und diese Regel wiederum matche ich auf andere Pods wiederum per Label. Mit einer Ausnahme beim Egress kann ich auch IP-Adress Ranges angeben über CIDRs, also Clusters, Internet Domain, Routing, Ausdrücke. Zusätzlich kann ich in so einer Network Policy Regel, oder kann ich diese Regeln auch nur auf einen bestimmten Port begrenzen. Besonders an den Network Policies ist, dass sie von dem Vanilla Kubernetes sozusagen nur als Spezifikation bereitgestellt werden. Durchgesetzt werden sie durch ein CNI Plugin, das heißt Container Network Interface Plugin. Und das wahrscheinlich am bekanntesten ist Calico. Das wird zum Beispiel von Google und Amazon und Microsoft in deren Managed Kubernetes Angeboten verwendet, um Network Policies durchzusetzen. Das CNI Plugin macht generell natürlich auch noch mehr als Network Policies, denn es stellt die gesamte Netzwerkschicht zwischen Pods dar. Eine Besonderheit, die sich daraus ergibt, ist, wenn ich keine Network Policies habe, ist der gesamte Traffic erlaubt. Das heißt, jeder Porta darf mit jedem sprechen. Das gilt auch oder das macht keinen Halt vor Namespace-Grenzen, was in meiner Erfahrung für viele Leute überraschend kam. Wenn man das einschränken will, dann sollte man eben im Network Policy Bereich tätig werden. Wenn man sich auf diese Reise begibt und anfängt mit Network Policies zu arbeiten, hat man meines Erachtens eine gewisse Lernkurve Vorsicht. Ich finde das ganze Thema nicht besonders intuitiv, aber es funktioniert gut, wenn man es einmal verstanden hat. Und um dort eben hinzukommen, empfehle ich euch als erstes mal die Kubernetes Network Policy Recipes. Das ist eine Sammlung von einem Mitarbeiter von Google, der heißt Ahmed Balkan. Der hat da animierte Grafiken, wie ihr sie hier auf der Folie seht, erstellt für verschiedene Anwendungsfälle, in denen man halt Network Policies einsetzen kann. Von dem gleichen Kollegen gibt es auch einen Talk, der sich exklusiv mit Network Policies beschäftigt. Der kann da halt natürlich, wenn er sich nur mit dem einen Thema beschäftigt, weiter in die Tiefe gehen als jetzt ich in meinem Talk. Den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen und den habe ich hier auch auf der Folie verlinkt. Wenn ihr dann mal die ersten Network Policies geschrieben habt, gibt es ein ganz nettes Feature in Kube Control, mit dem ihr euch in so einer Art Prosa angeben, also ausgeben lassen könnt, was diese Network Policy denn eigentlich tut. Und damit kann man dann, wenn man da mal irgendwas auf sein Cluster angewendet hat, sage ich jetzt mal etwas polemisch, dann kann man sich das einfach mal anzeigen lassen, was diese Auswirkungen davon denn eigentlich sind. Jetzt gibt es viele Möglichkeiten, wie man diese Network Policies einsetzt. Man könnte einzelne Routen verbieten, man könnte einzelne Routen erlauben. Was ist denn da eigentlich der sinnvollste Weg oder der sicherste Weg tatsächlich? Wir reden ja hier über Security. Was ist der sicherste Weg? Und meines Erachtens funktioniert das wie folgt. Ich würde euch empfehlen, mit einem Whitelisting des Ingress Traffics zu beginnen. Dazu wendet ihr in jedem von euren Namespaces zunächst mal eine Network Policy an, die den gesamten Traffic verbietet. Und dann legt ihr eine weitere Network Policy an, für jede Route, die ihr eigentlich freigeben wollt. Und das wendet ihr zunächst mal auf alle eure eigenen Namespaces an. Tatsächlich solltet ihr das natürlich auch auf den Coupesystem Namespace anwenden. Da gibt es allerdings ein paar mehr Herausforderungen. Zu denen möchte ich jetzt kommen. Beim Coupesystem Namespace ist es so, wenn ihr diese Deny-All Network Policy angelegt habt, dann werden einige Dienste in eurem Cluster nicht mehr funktionieren, die ihr gewohnt seid und die natürlich sinnvoll sind. Zum Beispiel DNS wird nicht mehr funktionieren, denn im Coupesystem Namespace läuft Coupesystem Namespace oder Core DNS und stellt euch eben den DNS Service bereit, also Service Discovery per DNS, wie man sie kennt. Und wenn man diese Network Policy angewendet hat, bezieht sich das natürlich auch auf den Port 53 für DNS und dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Man muss das also explizit whitelisten. Und wenn man das vergisst, ist die Funktionalität nicht mehr gegeben. Ein weiteres Beispiel ist der Ingress Controller. Wenn ihr ihn in eurem Coupesystem Namespace deployed habt, der muss natürlich auch von außen erreichbar sein und dafür muss man, das ist natürlich auch Ingress Traffic, der muss dann entsprechend auch freigegeben sein. Insofern, das ist alles machbar, aber man muss da ein bisschen umsichtiger sein, gründlich testen, damit das alles so funktioniert, wie man hofft. Weiteres fortgeschrittenes Thema ist der ausgehende Traffic. Wir haben ja jetzt bisher über Ingress Whitelisting geredet. Beim Egress könnte man jetzt genauso verfahren. Man legt eine Network Policy an, die den gesamten Ingress Traffic verbietet und dann gibt man eben alle Routen einzeln frei, die man freigeben will. Allerdings ist das ein bisschen redundant an der Stelle, weil ich ja schon für den Ingress Traffic diese ganzen Whitelists erstellt habe und innerhalb des Clusters ist Ingress bei meinem Pod Ingress im anderen Pod. Also müsste ich mich da wiederholen. Deshalb ist mein Vorschlag hier pragmatischer, nämlich, dass man eine Regel pro Namespace anlegt, die Egress außerhalb, also raus aus dem Kubernetes Cluster verbietet und dann eben nur diese Routen, Egress Routen, Whiteliste, die tatsächlich notwendig sind. Denn zum einen werdet ihr feststellen, dass die meisten eurer Anwendungen überhaupt keinen Traffic außerhalb des Clusters brauchen. Zum Beispiel, zum Beispiel, also ein Gegenbeispiel, bei dem man Egress braucht, ist, wenn ihr OpenID Connect Anwendungen habt, wenn ihr euch über Google, GitHub, Facebook, Twitter oder sowas authentifizieren wollt, wenn ihr das in eure Anwendung eingebaut habt, dann ist das notwendig. Oder wenn eure Anwendung irgendeine Art von Plugin-System hat, ich sage jetzt mal Jenkins, Sonarcube und Konsorten, die wollen dann natürlich diese Plugins auch aus dem Internet laden. In solchen Fällen braucht man das, in vielen anderen wahrscheinlich nicht. Insofern macht Egress Whitelisting absolut Sinn. Und warum muss ich jetzt Ingress Whitelists nicht nochmal wiederholen? Ja, wie gerade schon beschrieben, Egress aus dem einen heißt Ingress in den anderen und durch das Ingress Whitelisting habe ich den Cluster-internen Traffic also damit schon erledigt. Jetzt ist es so, dass Network Policies natürlich gewisse Herausforderungen haben und die möchte ich euch auch nicht verschweigen. Deshalb habe ich hier mal einige Fallstricke für euch aufgelistet. Fangen wir an mit dem Thema Monitoring. Prometheus zum Beispiel, wenn er den fürs Monitoring einsetzt, holt sich seine Matrix auch über HTTP. Das heißt, diese Requests unterliegen natürlich auch den Network Policies. Und wenn ihr nicht daran denkt, die zu Whitelisten, dann würden da keine Metrics mehr reinkommen. Ein zweites Thema ist, dass bereits offene Verbindungen durch Network Policies nicht abgebrochen werden. Da ist auch wieder Prometheus so ein Beispiel. Der hält nämlich seine Verbindungen beim Scraping offen. Wenn ich jetzt eine Network Policy anwende und Prometheus einfach weiterlaufen lasse, ihn aber vergessen habe, Whitelisten, wird er trotzdem erstmal weiter Metrics bekommen. Wenn ich ihn dann aber neu starte, zum Beispiel drei Monate später wegen eines Feature-Updates, dann wird er danach plötzlich keine Metrics mehr bekommen. Und wenn da genügend Zeit dazwischen vergangen ist, ist es nachher schwer, die Verbindung herzustellen und den Fehler zu beheben. Insofern ist halt etwas, was ich euch auch empfehlen kann, wenn ihr an Network Policies was ändert, denkt gut darüber nach, was das alles betrifft und startet gegebenenfalls eure Pods neu. Dann werden wir gleich in der Demo auch sehen, dass es in vielen Fällen Sinn macht, Matching auf Namespaces zu machen. Und um dieses Matching zu tun, gibt es Labels. Namespaces haben allerdings standardmäßig keine Labels. Das heißt, das wird standardmäßig nicht funktionieren. Da muss man dann auch daran denken, dass Namespaces eben mit Labels versehen werden. Dann generell das Thema Egress. Hatte ich den Eindruck, dass es ein Feature, was später dazu kam und deshalb ist es noch nicht ganz so ausgereift wie das Thema Ingress. Zum Beispiel habe ich festgestellt, wenn man den Kubernetes-API-Server abfragen will, aber keinen Traffic außerhalb des Clusters senden will, dann funktioniert das mit Calico nicht. Also der einzige Workaround, den ich da finden konnte, war dann tatsächlich, jeglichen Egress-Wide zu listen. Dann hatte ich euch ja bereits am Anfang gesagt, dass die Durchführung oder Durchsetzung der Network Policies schlussendlich dem CNI-Plugin obliegt. Und hier gibt es natürlich die Spezifikation Network Policies und die Implementierung im CNI-Plugin. Und die müssen nicht unbedingt zusammenpassen. Beziehungsweise die können sich unterscheiden, je nachdem welches Plugin ihr einsetzt. Deshalb ist es hier sehr empfehlenswert, das gründlich zu testen, ob es so funktioniert, wie man erwartet. Ich habe euch hier auch mal einen Link auf die Slide gepackt, der zeigt, dass jemand verschiedene Network Policies gegen verschiedene CNI-Plugins getestet hat und dass dabei durchaus unterschiedliche Verhalten wahrnehmbar waren. Wenn ihr irgendwann mal mehr Features haben wollt, als die Standard Network Policies bieten, was durchaus schnell der Fall sein kann. Beispielsweise bieten Network Policies keine clusterweiten Network Policies an. Und was es auch nicht gibt, ist zum Beispiel ein Filtering von egress auf Anwendungsschicht-Ebene. Das heißt, HTTP oder DNS. Ich kann nicht auf Hostnames matchen, sondern nur auf IP-Adressen. Das ist ein bisschen umständlich und das wünscht man sich dann doch recht schnell. Da ist leider Schluss mit den Standard Network Policies. Da habe ich dann meines Erachtens zwei Optionen. Man kann die proprietären Features des CNI-Plugins verwenden. Zum Beispiel von Calico. Calico bietet diese beiden gerade genannten Anwendungsfälle nämlich an. Dort nutzt man dann allerdings statt der Standard Network Policies Custom Resource Definitions des Network Policy des CNI-Plugins. Und die bindet sich halt damit so ein Stück weit an dieses Plugin und hält sich nicht mehr an den Standard. Eine andere Option wäre halt infrastrukturtechnisch die große Keule. Man benutzt ein Service Mesh. Wenn man das sowieso schon im Einsatz hat, kann man darüber nachdenken und man es auf der Ebene löst. Jetzt speziell für diesen Anwendungsfall eins zu deployen, halte ich für relativ aufwendig im Verhältnis. Allerdings ist es auch so, dass Istio beispielsweise, eines der bekanntesten Service Meshs, in einem Blogpost klargestellt hat, dass sie das durchaus als komplementär sehen. Also Network Policies und Filterungen mit dem Service Mesh ergänzen sich. Denn Network Policies arbeiten auf einer unteren Ebene des Network Protocol Stacks, also auf MAC-Adressen und IP-Ebenen, wohingegen das Service Mesh auf Anwendungsebene erarbeitet, also HTTP oder GRPC. Und insofern kann man durchaus beides schützen. Das ist dann im Endeffekt Security in Defense in Depth, also in Security ist Redundanz ja gar nicht unbedingt was Schlechtes. Jetzt habe ich relativ viel Theoretisches erzählt. Wird es Zeit, dass ich euch mal zeige, wie das praktisch funktioniert mit den Network Policies. Und dazu habe ich einen Kubernetes Cluster mitgebracht. Der sieht aus wie folgt. Es gibt im CubeSystem Namespace einen Reverse Proxy, Traffic habe ich da mal rein deployed. Der handelt alle einkommenden HTTP-Requests. Und je nachdem, welcher Hostname da drinsteht im Request, leitet er das weiter an eine Anwendung. Web-Konsole, die ist im Default Namespace. Und die hat sozusagen Remote Code Execution as a Feature. Also im Endeffekt simuliert das eine verwundbare Web-Anwendung, über die wir gleich Code ausführen können übers Web, wenn man so will. Und die andere Anwendung, die dort läuft im Cluster, ist der NoSQL-Client. Das ist auch eine Web-Anwendung, die Daten aus einer Datenbank holt, in unserem Fall eine MongoDB. Und was wir gleich sehen werden, ist halt, dass diese verwundbare Anwendung, die Web-Konsole, in der Lage ist, Daten aus der MongoDB im anderen Namespace zu rauben. Und das ist natürlich kein Zustand, den wir so haben wollen. Insofern werden wir das absichern durch Network Policies im Production Namespace. Die Demo ist Open Source und geht noch ein bisschen weiter und sichert dann die anderen Namespaces auch ab. Das werde ich euch jetzt aber hier aus Zeitgründen nicht alles im Detail zeigen. Fangen wir also an. Schauen wir uns einmal den NoSQL-Client an. Von dort aus kann ich eine Verbindung zur MongoDB aufbauen und mir dort die User-Daten abfragen. Und wir sehen hier beispielsweise die privaten Daten von Obi-Wan Kenobi. Schauen wir uns also die Web-Konsole an. Das ist jetzt also diese verwundbare Anwendung, über die wir unter bestimmten Umständen Remote Code ausführen können. Ich kann das jetzt beispielsweise nutzen, um mir einfach mal einen MongoDB-Client aus dem Internet herunterzuladen. Warum auch nicht? Ist ja nicht eingeschränkt. Und den kann ich jetzt verwenden, um die User-Daten aus der MongoDB abzufragen. Und das, obwohl sie in einem anderen Namespace liegt. Ich kann dabei sogar auf die Service Discovery per DNS in Kubernetes zugreifen, denn die funktioniert auch über Namespace-Grenzen hinweg. Ich kann hier den Service-Namen angeben, den Namespace und dann qualifiziere ich es eben mit diesem Service Cluster Local Begriff voll. Und siehe da, hier kommen meine User-Daten an. Hier haben wir wieder unseren Obi-Wan Kenobi. Das ist jetzt natürlich kein Zustand, den wir so lassen wollen. Und deshalb werden wir das jetzt durch Network Policies beheben. Da habe ich mal einige vorbereitet. Die erste Network Policy ist, wie schon erwähnt, diese deny all Network Policy, über die ich jetzt zunächst mal alle Pods selektiere und dort keinen Ingress zulasse. Wenn ich die jetzt anwende, werden wir sehen, dass das Abfragen der User-Daten aus der verwundbaren Anwendung plötzlich nicht mehr möglich ist, sondern hier ein Connection failed zurück gibt. Allerdings haben wir jetzt halt auch den Fall, dass wir hier unsere NoSQL-Anwendung nicht mehr erreichen können. Er lädt jetzt hier und in ein paar Sekunden wird da dann auch ein Gateway-Timeout kommen. Ist ja auch wenig überraschend, denn wir sehen ja, dass jetzt hier diese Route nicht gewidelistet ist. Das machen wir jetzt also im nächsten Schritt. Die nächste Network Policy sieht jetzt ein bisschen spannender aus. Wir selektieren hier jetzt einen bestimmten Pod, beziehungsweise alle Pods, die dieses Label RunNoSQLClient haben und sagen, dass auf deren Anwendungs-Port, Port 3000, jetzt folgende Regel für den Ingress gelten soll. Nämlich, da dürfen nur Requests rein, die aus dem Namespace mit dem Label-Coup-System kommen. Das ist jetzt der Punkt, wo der Coup-System-Namespace eben genau dieses Label braucht, sonst funktioniert die Sache nicht. Den muss man vorher hinzugefügt haben. Und dann innerhalb dieses Namespaces sind nur Requests von Pods zugelassen, die wiederum das Label-App-Traffic haben. Und das Ganze wenden wir jetzt auch hier mal an und dann sehen wir, dass wir kein Gateway-Timeout mehr haben. Können wir also unsere User-Daten abfragen? Nein, können wir natürlich nicht, denn wir haben ja hier gesehen, auch zwischen NoSQLClient und MongoDB gibt es eine Netzwerkroute, die jetzt standardmäßig halt verboten ist. Die werden wir dann also als nächstes whitelisten. Und das sieht jetzt nicht mehr besonders überraschend aus. Wir haben hier eine Network-Policy, die wird angewendet auf alle Pods mit dem Label-Roll MongoDB, auf deren Port 27.17 und erlaubt Zugriff, also Ingress von allen Pods, die das Label RunNoSQL haben. Wenn wir das jetzt anwenden, werden wir sehen, dass wir wieder Daten von unserer MongoDB bekommen. Das heißt, wir haben hier, wir sehen hier wieder unseren Obi-Wan Kenobi. Das soll es auch sein an der Stelle zur Network-Policy-Demo. Die Demo ist Open Source und geht noch ein bisschen weiter. Also da sieht man, werden dann sukzessive die anderen Namespaces abgesichert und die könnt ihr euch gerne mal angucken im Nachgang. Ich werde am Ende auf der letzten Folie die URL zu den Demos bekannt geben. Fassen wir also nochmal zusammen. Was sind meine Empfehlungen zum Thema Network-Policies? Ich empfehle euch auf jeden Fall Ingress Whitelisting in allen Namespaces. Vielleicht mit Ausnahme von Coupesystem Namespace. Das sind wirklich Low-Hanging-Through. Das schafft deutlich mehr Sicherheit bei sehr wenig Aufwand. Ich empfehle euch darüber hinaus, das natürlich auch für den Coupesystem Namespace zu machen. Allerdings dabei ein bisschen vorsichtiger zu sein und euch darauf einzustellen, dass das unter Umständen ein bisschen mehr Aufwand verursacht. Und ähnlich sieht es auch mit dem Ingress aus. Auch hier sehe ich einen großen Mehrwert für die Security. Das verursacht allerdings ein bisschen mehr Aufwand als jetzt dieses Ingress-Thema. Kommen wir zum zweiten Teil des Vortrags, dem Security-Kontext. Etwas völlig anderem. Während die Network-Policies sich, wie der Name schon suggeriert, auf Netzwerke beziehen, geht es im Security-Kontext im Wesentlichen um Einstellungen, die sich auf die Container-Runtime beziehen. Wer schon mal einen Docker-Container abgesichert hat, kennt dort vielleicht verschiedene Flags, die man bei Docker-Run mit übergeben kann. Diese alle kann man natürlich auch in Kubernetes benutzen und der Security-Kontext ist der Ort, über den man diese dann einstellen kann. Man stellt das ein auf Container- und oder Pod-Ebene. Es gibt quasi zwei Security-Kontexte. Und daran sieht man schon, pro Container, pro Namespace. Pro Container, pro Pod heißt natürlich entsprechend redundant. Es gibt auch eine Möglichkeit, das clusterweit zu machen. Das teese ich an der Stelle gleich schon mal an. Das sind die Pod-Security-Policies, was der dritte Teil des Vortrags dann sein wird. Zum Einstieg ins Thema Security-Kontext kann ich euch wieder ein Video ans Herz legen, wieder von einem Google-Mitarbeiter. Tim Orkler, in der Kubernetes-Szenen schon relativ bekannte Persönlichkeit, hat auf einer KubeCon vor einigen Jahren einen Einführungsvortrag zu dem Thema gehalten, den ich hier auf der Folie verlinkt habe. Fallen wir mit der Tür ins Haus. Was sind meine Empfehlungen zur Einstellung im Security-Kontext? Ich habe das mal auf einer Folie zusammengefasst. Von der Syntax her ist der Security-Kontext diese Einstellung wie beschrieben auf Container-Ebene, habe ich das hier jetzt mal gezeigt. Und fangen wir oben an. Da gibt es jetzt eine Ausnahme, nämlich SecComp. Das ist noch im Alpha-Stadium und deshalb noch nicht im Security-Kontext. Es wird also über eine Annotation angegeben. Ich finde aber thematisch passt es sehr gut in den Bereich mit rein und vermutlich wird das auch perspektivisch dann eher im Security-Kontext zu finden sein. Ich werde zu den einzelnen Punkten, die jetzt hier auf der Folie sind, im Folgenden noch im Detail eingehen. Deshalb möchte ich es jetzt hier nur einmal kurz erwähnt haben. Wir stellen ein SecComp-Profil ein, standardmäßig. Das ist der Container-Runtime. Wir führen unseren Container nicht als Root aus. Wir führen unseren Container mit einem Read-Only-Root-File-System aus. Wir erlauben keine Privilege-Escalation in unserem Container. Und wir droppen alle Linux-Capabilities in unserem Container. Ich habe dann noch zwei Bonus-Punkte, wenn man so will. Die sind nicht direkt im Security-Kontext drin, sondern ordinäre POD-Einstellungen. Aber sie haben auch sicherheitstechnische Auswirkungen. Deshalb habe ich sie hier mal mit aufgeführt. Das ist Enable Service Links. Das heißt, wir mounten uns keine, nicht die Service-Namen als Environment-Variablen in unseren POD. Und wenn man keine Kommunikation mit dem Kubernetes-API-Server von seinem POD aus benötigt, kann man außerdem das Auto-Mounten des Service-Account-Tokens deaktivieren. Auch darauf gehe ich im Folgenden nochmal ein. Fangen wir also an, die einzelnen Punkte durchzusprechen. Das SecComp-Profil. SecComp ist eine Möglichkeit, eine Security-Facility des Linux-Kernels und erlaubt es, Syscalls zu blockieren. Syscalls sind Funktionalitäten, die vom Kernel bereitgestellt werden. Und Docker bietet hier ein Standardprofil, was 44 der ungefähr 300 Syscalls blockiert. Docker beschreibt es als moderat sicher. Das heißt, es ist eher auf Kompatibilität getrimmt, aber schränkt die Angriffsfläche ein Stück weit ein. Und Docker schaltet das standardmäßig an für jeden Container. Wenn ihr also auf eurem Rechner mal Container ausgeführt habt, ohne den Docker-Demon besonders zu konfigurieren, werdet ihr eure Container mit diesem SecComp-Profil ausgeführt haben. Bei Kubernetes ist es jetzt allerdings so, dass man sich dagegen entschieden hat, gegen dieses SecComp-Profil, aus Kompatibilitätsgründen. Man sagt also, Kubernetes sagt also explizit Docker, wenn ihr den Docker verwendet unter der Haube, dass kein SecComp-Profil verwendet werden soll. Und das halte ich nicht für besonders sinnvoll, weil ich persönlich hatte damit noch nie Kompatibilitätsprobleme. Man kann allerdings sehen, dass dieses SecComp-Profil, wie schon gesagt, die Angriffsfläche verkleinert. Und Docker hat dazu auch ein Dokument, in dem es beschreibt, das habe ich hier verlinkt, in dem sie beschreiben, welche Sicherheitslücken im Kernel in der Vergangenheit durch dieses SecComp-Profil verhindert wurden. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, es gab in der Vergangenheit Sicherheitslücken, dann kommt man vielleicht zu dem Schluss, dass es möglicherweise da gerade auch Sicherheitslücken gibt, die wir noch gar nicht kennen, oder dass perspektivisch wieder welche eingebaut werden. Insofern sollte man die Verhinderung dieser Sicherheitslücken einfach beibehalten. Deshalb bin ich der Meinung, wir schalten das SecComp-Profil an. Ich persönlich hatte noch nie Schwierigkeiten damit. Also mehr Sicherheit mit fast keinem Aufwand, Low Hanging Fruit, das nehmen wir mit. Interessanterweise wurde das explizite Ausschalten des SecComp-Profils auch im Kubernetes Security Audit, das letztes Jahr stattgefunden hat, erwähnt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es zukünftig oder perspektivisch in Kubernetes auch standardmäßig aktiviert wird. Vom Moment müssen wir aber noch selber tätig werden. Das größte Thema ist sicherlich, den Container nicht als Route auszuführen. Das bietet die meisten Vorteile, was Sicherheit angeht. Hier gibt es jetzt einmal dieses run as non-route gleich true. Wenn man das setzt, sorgt das dafür, dass Kubernetes prüft, ob der Container als Route ausgeführt wird. Wenn ja, lehnt er das einfach ab. Warum machen wir das Ganze eigentlich? Wenn man einen Container als Route ausführt, ist man ja doch in der Isolation des Containers immer noch sicher. Das mag sein, aber wenn ein Angreifer es schafft, über eine Sicherheitslücke aus dem Container auszubrechen, dann ist er auf dem Host, auf dem der Container ausgeführt wird, mit der User-ID unterwegs, mit der auch der Container ausgeführt wurde. Außer man hat seinen Docker-Demon besonders konfiguriert, was in den meisten Fällen eben nicht der Fall ist. Und hier haben wir also die Sicherheitslücke, die wir ganz einfach verhindern können, indem wir unsere Container nicht als Route ausführen. Über das run as non-route gleich true hinaus haben wir die Möglichkeit, das run as user flag zu setzen und explizit festzulegen, mit welcher User-ID unser Container ausgeführt wird. Hier empfehle ich eine User-ID, die hoch ist, zum Beispiel größer 10.000, größer 100.000. Einfach deshalb, weil man damit das Risiko minimiert, dass es diese User-ID auf dem Host schon gibt und dass man damit, wenn man es schafft aus dem Container auszubrechen als Angreifer, eben nicht noch zusätzliche Rechte übernimmt, die auf diesem Host möglicherweise vorhanden sind. Ein sehr gutes Beispiel, warum man seine Container als unprivilegierter, also nicht-Route-User ausführen sollte, ist eine Sicherheitslücke, die letztes Jahr, vor ungefähr einem Jahr, also 2019 im Februar, in Run-C gefunden wurde. Run-C ist eine entscheidende Komponente von Docker beispielsweise, aber auch von vielen anderen Container-Runtimes. Und dort war es möglich, wenn Container als Route ausgeführt wurden, aus dem Container auszubrechen. Ärgerlicherweise ist man dann, wenn man halt diese Schwachstellen nutzt, dann auch gleich Route auf dem Host und kann von dort aus noch ganz viel weiteren Schaden anrichten. Wer seine Container vor einem Jahr im Februar schon als nicht-Route ausgeführt hat, konnte ruhig weiterschlafen, denn er war von dieser Sicherheitslücke überhaupt nicht betroffen. Ja, wenn wir es einmal geschafft haben, unsere Container nicht als Route auszuführen, dann sollte es ja auch so bleiben, dass der Container nicht Route ist. Und wenn man von einem unprivilegierten User zu Route wird in Linux, dann nennt sich das Privilege Escalation. Wir kennen das alle. Sudo macht im Wesentlichen nichts anderes. Er führt einen Befehl einmal als Route aus. Es gibt aber, es gab in der Vergangenheit auch Schwachstellen im Kernel. SetUID ist da das Stichwort, mit denen es möglich war, im Container sich zusätzliche Rechte zuzulegen, also Privilege Escalation durchzuführen. Und das kann man auch ganz einfach mit einem Flag im Security-Kontext abschalten. Das hat mir auch noch nie Probleme gemacht, denn ein Container sollte nie so designed sein, dass er Sudo braucht. Ein weiterer Punkt ist das Read-Only-Root-File-System. Das ist schon deutlich herausfordernder, aber bringt auch ganz großen Nutzen. Was da passiert ist, wenn ich dieses Flag setze, wird das Read-Write-Layer des Containers deaktiviert. Das heißt, ich kann zur Laufzeit in meinem Container nichts am Dateisystem ändern. Ich kann nicht darauf schreiben. Das hat den Vorteil, dass ein Angreifer die Konfiguration des Containers oder auch den Code nicht manipulieren kann. Also so ein Angriff wie, okay, jetzt bin ich in diesem Container drin, jetzt ändere ich mal ein Node.js-Java-Code mal, JavaScript-Code mal dazu, dass er die Kreditkartendaten nicht nur ans Backend, sondern auch noch an einen anderen Dritten schickt, ist damit nicht mehr möglich. In vielen Stellen muss ich natürlich trotzdem in meinen Container reinschreiben, zum Beispiel Temp-Verzeichnisse oder Caches. Und an der Stelle kann ich das ganz einfach möglich machen, indem ich ein Volume an die entsprechende Stelle monte. Drop-Capabilities ist noch ein Punkt, mit dem wir die Angriffsfläche unseres Containers verkleinern können. Dabei ist es interessant zu wissen, was sind Capabilities eigentlich? Capabilities sind feingranulare Rechte über die Rechte eines unprivilegierten Users hinaus. Also sozusagen, wenn ich Root bin, habe ich alle Rechte. Ich kann aber auch einem einzelnen User oder Prozess einzelne Rechte über Capabilities geben. Der Klassiker ist der Ping-Befehl. Ping schreibt ICMP-Messages und braucht dazu Zugriff auf Sockets, die ein Standard-User in Linux nicht hat, oder ein Standard-Prozess. Und dazu hat man früher oft Ping einfach als Root ausgeführt, was aber eine Sicherheitslücke darstellt. Denn man kann ja dann über Ping viel mehr Dinge tun, als einfach nur diese ICMP-Nachrichten schicken im Prinzip. Und deshalb wurden dann diese Capabilities eingeführt. Dort kann ich mir mit einer Capability nur den Zugriff auf Sockets zugestehen sozusagen. Und genau so ist Ping heutzutage eigentlich implementiert. Jetzt ist es so, dass Container, wir gucken ja hier mal auf Docker, standardmäßig eine ganze Menge an Capabilities bekommen. Und die meisten Container brauchen die eigentlich gar nicht alle. Das heißt, wir könnten die, um mit einem Least-Privileged-Approach zu starten, erstmal deaktivieren. Und genau das empfehle ich euch. Ein Angriff, den ihr dadurch verhindert, ist ein DNS-Spoofing-Angriff. Ihr könntet in einem Kubernetes-Cluster standardmäßig einfach mal behaupten, dass ihr als Angreifer die MAC-Adresse des DNS-Servers habt. Dann kriegt ihr hin und wieder mal so ein DNS-Paket und antwortet darauf einfach mit eurer IP-Adresse. Dann kriegt ihr in Zukunft auch noch einige Pakete, die eigentlich an wen anders gedacht waren und könnt damit halt klassische Man-in-the-Mitte-Themen durchführen. Wenn ihr wissen wollt, wie das genau funktioniert, dann habe ich euch hier einen Artikel von Aqua Security auf meiner Folie verlinkt. So, das waren die wesentlichen Punkte im Security-Kontext. Wie gesagt, habe ich noch zwei Bonuspunkte. Zum einen No Services in Environment. Standardmäßig führt jeder Service dazu, dass einige Environment-Variablen in jedem Pod im Namespace gemountet werden. Das hat den Grund, dass früher Docker diese Linken von verschiedenen Containern über Environment-Variablen gemacht hat. Das ist mittlerweile als Legacy angesehen, denn man hat ja Namensauflösung oder Service Discovery per DNS, was viel flexibler ist. Aber in Kubernetes wird das wahrscheinlich wieder aus Kompatibilitätsgründen nach wie vor standardmäßig gemacht. Und für mich als Angreifer ist das natürlich sehr praktisch. Wenn ich einmal in so einen Container eingestiegen bin, kann ich dort ins Environment gucken und sehe, welche Systeme sind denn da noch links und rechts davon, die ich potenziell dann weiter angreifen kann. Das hat auch noch ein paar andere Auswirkungen, die nicht auf Sicherheit bezogen sind. Wir hatten das beispielsweise, denn Environment-Variablen werden ja manchmal verwendet, werden ja typischerweise auch verwendet, um Container zu konfigurieren. Und wenn jetzt zufälligerweise euer Service-Name so heißt wie eine bestimmte Konfiguration, auf die eure Anwendung anspringt, dann kann es auch zu seltsamen Effekten kommen. Also wir hatten das beispielsweise, wir haben ein Postgres-Service in unserem Cluster deployed und das hat dann dazu geführt, dass in alle unsere Pots im gleichen Namespace eben diese Environment-Variablen gemountet wurden, zum Beispiel Postgresport. Es gibt jetzt manche Anwendungen, auf JBoss basiert zum Beispiel oder bei Keyclocke war das auf jeden Fall so, die haben auf die Environment-Variable Postgresport reagiert und sind dann mit einem seltsamen Fehler abgestürzt. Also wir haben auf der einen Seite diesen Service deployed und eine Woche später beim nächsten Neustart von Keyclocke ist der abgestürzt. Jetzt findet mal den Zusammenhang. Also das war ein richtig fieser Fehler und auch den kann man eben durch diese Variable ganz einfach vermeiden. Letzter Punkt, der Zugriff auf den Kubernetes-API-Server. Falls sich manche von euch noch nicht mit diesem Thema beschäftigt haben, wie funktioniert das eigentlich, dass eine Anwendung, eine Cloud-Native-Anwendung wie jetzt Prometheus oder Traffic mit dem API-Server sprechen können? Dazu müssen sie sich hier authentifizieren und diese Authentifizierung funktioniert wie folgt. Kubernetes mountet in jedem Pod an eine bestimmte Stelle. Ich habe euch hier mal das in diesem Listing gezeigt, War Run Secrets, einen Token. Der gehört zu dem Service-Account, mit dem der Pod ausgeführt wird. Und mit diesem Token kann sich der Pod beim API-Server authentifizieren. Das ist zunächst mal nicht schlimm. Er ist da zwar authentifiziert, aber nicht autorisiert. Das heißt, er kann erstmal keinen Schaden anrichten als Angreifer. Aber nichtsdestotrotz ist die erste Hürde ja schon genommen. Und wenn jetzt da Security-Misconfiguration vorliegt, ihr keinen Role-Based-Access-Control verwendet oder dergleichen, dann hat der Angreifer jetzt hier schon den ersten Angriffsvektor. Das heißt, wenn eure Anwendung sowieso gar nicht mit dem Kubernetes-API-Server spricht, könnt ihr dieses Mounten des Tokens auch einfach verhindern. Auch beim Security-Kontext gibt es die eine oder andere Herausforderung, die ich euch nicht verschweigen möchte. Beim Read-Only-Root-Filesystem ist es beispielsweise so, dass die meisten Anwendungen irgendwo in ihr File-System schreiben wollen. Sei es in dem TEM-Folder, Caching-Folder, was auch immer. Und um diesen Zugriff herzustellen, müssen wir dann mit dem Read-Only-Root-Filesystem entsprechende Volumes an diese Stelle im Datei-System mounten. Wie man das rauskriegt, zeige ich euch gleich in der Demo. Das ist gar nicht so schwer. Wenn man das allerdings nicht auf dem Schirm hat, wundert man sich, warum seine Anwendung möglicherweise nicht mehr funktioniert. Ähnlich sieht es mit Drop-Capabilities aus. Viele Anwendungen brauchen überhaupt keine Capabilities. Manche brauchen allerdings welche. Und da habt ihr jetzt die Möglichkeit, erstmal alle zu droppen und dann zielgerichtet diejenigen wieder einzuführen, die man wirklich braucht. Oder die sichere Alternative, man sucht sich ein Image, was die gleiche Anwendung beinhaltet, aber keine Capabilities braucht. Ich habe hier als klassisches Beispiel immer Nginx. Der Nginx aus der Docker Hub-Standard-Library braucht eine Menge Capabilities. Es gibt aber auch den Nginx unprivileged und der braucht überhaupt keine Capabilities. Gleiche Anwendung, weniger Rechte, mehr Sicherheit. Die größten Herausforderungen lauern bei dem Thema, was einem auch den größten Sicherheitsvorteil bietet, nämlich als unprivilegierter User ausgeführt zu werden. Und da fängt es damit an, dass viele Images, die eben in der Standard-Library von Docker, also in Docker Hub liegen, einfach mal standardmäßig als root ausgeführt werden. Was ist da die beste Alternative? Meines Erachtens ist es da die beste Alternative, nach einem vertrauenswürdigen Image zu suchen, was nicht als root ausgeführt wird. Ich persönlich bin recht häufig fündig geworden bei Bitnami. Diese Images werden auch von vielen Helmcharts verwendet. Die andere Option, die ihr habt, ist natürlich, ihr baut euch euer eigenes Image, das nicht als root ausgeführt wird. Da ist eine Option, dass man mit dem Standard-Image anfängt und es entsprechend verändert, sodass es nicht mehr als root ausgeführt wird. Für Nginx habe ich das mal ausprobiert. Das habe ich euch hier auch verlinkt. Das war erstaunlich einfach, den nicht als root auszuführen. Ich wundere mich, warum das Standard-Image als root ausgeführt wird. Ich vermute, dass es ein gutes Beispiel dafür ist, wie man es nicht macht. Ein weiteres, kleineres Problem ist, wenn man diese Non-root Verification verwendet, dann funktioniert das nur, wenn man eine numerische User-ID angibt. Also wenn man sowas wie das Node.js-Image im Docker-File eine Instruktion stehen hat wie User-Node, dann würde dieser daraus gebaute Container dann nicht mehr in Kubernetes starten können. Das kann man aber ganz einfach umgehen, indem man die von mir sowieso empfohlene Run-as-User-Konfiguration verwendet. Die andere Option wäre halt im Docker-File die User-Instruktion mit einer numerischen User-ID auszuführen. Was dann durchaus häufiger auftritt ist, dass man, wenn man den Container nicht mehr als root ausführt, dass man dann bestimmte Zugriffe auf Dateien nicht mehr hat, weil die Rechte, die beim Bauen des Images vergeben wurden, eben nicht zu dieser User-ID passen. Da gibt es verschiedene Optionen. Eine ist, dass man in Kubernetes einen Init-Container startet und da drin ein Volume mountet, indem man die Dateien dann vorbereitet und das gleiche Volume kann ich dann, da es ja im gleichen Pod ist, in den eigentlichen Containern dann auch wieder rein mounten und dann habe ich plötzlich den Zugriff. Eine andere Option ist, dass man halt das Image nochmal neu baut und dort mit chmod bzw. chon dann die entsprechenden Zugriffsrechte setzt. Was ich auch in letzter Zeit öfter gesehen habe, ist, dass Container einfach mit der Group-ID 0 ausgeführt werden, 0, also mit der Root-Gruppe sozusagen. Die hat jetzt nicht die gleichen Rechte wie der Root-User, aber auf Dateien ist damit der Zugriff halt deutlich leichter realisierbar. Das wird beispielsweise von OpenShift empfohlen. So, ein letztes noch. Tools. Es gibt Tools, die diese Security-Kontext-Einstellung und andere dynamisch prüfen an eurem Cluster. Ich finde, es lohnt sich, die mal anzugucken. Man muss sich allerdings darauf einstellen, dass die sehr viele Ergebnisse produzieren und damit muss man dann erstmal klarkommen. Viele sagen dann, boah, tausende von Ergebnissen, das kann ich niemals alles fixen, lasse ich lieber gleich ganz. Insofern ist das so ein bisschen eingeschränkt hilfreich. Ich finde es aber trotzdem nützlich, denn das, was ich euch hier erzähle, was ich euch zeige, ist meine persönliche Meinung dazu, was Good Practices sind. Dazu gibt es natürlich andere Meinungen. Und ich finde, man sollte sich davon möglichst viele anhören und sich dann selbst dafür entscheiden, was für einen selbst oder für den eigenen Anwendungsfall denn nun die richtigen Einstellungen sind. Ich habe hier mal zwei Tools aufgelistet. KubeSec fand ich persönlich sympathisch, weil es einfach nicht so wahnsinnig viele Checks hat. Also man wird da nicht erschlagen von Ergebnissen und es deckt sich auch relativ stark mit dem, was ich euch hier vorgestellt habe oder vorstelle. Bei KubeAudit sieht es anders aus. Das hat richtig, richtig viele Checks und halt beschränkt sich natürlich nicht nur auf den Security-Kontext, sondern hat auch aus anderen Bereichen von Kubernetes da noch Good Practices im Angebot. Zum Beispiel wird da geprüft, ob es pro Namespace so eine Deny-All-Network-Policy gibt, wie wir es gerade besprochen haben. Es gibt aber auch dann noch Prüfungen, ob man in jedem Pod die App-Armor-Annotation gesetzt hat. Und die ist meines Erachtens, da stimmt der Default-Wert. Deshalb muss ich den nicht unbedingt in jedem Pod wiederholen. So muss man dann halt für sich entscheiden, was ist denn jetzt das Richtige für mich und was kann ich mir auch sparen. So, jetzt habe ich viel geredet. Jetzt trinke ich erstmal einen Schluck. Und dann kommen wir zur nächsten Demo. Hier ist der Aufbau im Cluster deutlich einfacher. Ich habe einen neuen Namespace. Und da drin werde ich euch jetzt anhand von einigen Deployments oder Pods mal ein paar Dinge zeigen. Ich habe hier mal eine interaktive Demo vorbereitet. Die hat für mich den Charme, dass da hoffentlich nicht so viel schief geht. Und für euch den Charme, dass ihr es zu Hause dann nochmal alles in Ruhe ausprobieren könnt und damit experimentieren. Fangen wir doch einfach mal an. Deployen wir mal einen Nginx als Deployment in Kubernetes und fragen dann dort die ID ab. Der läuft als Root-Standard-mäßig. Nicht das beste Beispiel, aber gut, um mal was vorzuführen. Zum Beispiel, was passiert, wenn ich run as non-root gleich true in einen Container von diesem Image setze? Dann fragen wir mal den Status des Pods ab und er sagt jetzt hier Create Container Config Error. Und dann lassen wir uns das mal anzeigen, was da das Problem ist mit Coup Control Describe. Und sehen, der Container has run as non-root und der Image will run as root. Also wird abgelehnt. Wenn wir das gleiche in einem Image machen, was nicht als root ausgeführt wird. Hier haben wir dieses Nginx Unprivileged Image. Dann gibt es da keine Probleme. Der Pod läuft jetzt. Jetzt fragen wir hier mal die ID ab in diesem Container und sehen, dass der standardmäßig als ID 101 ausgeführt wird. Jetzt setzen wir hier doch mal das von mir empfohlene um und sagen, wir setzen User und Group auf 100.000, auf die ID 100.000 und sehen, dass auch das kein Problem ist. Und dass der Pod jetzt eben wie gewünscht mit dieser User-ID und Group-ID 100.000 ausgeführt wird. Allerdings klappt das halt nicht mit allen Images. Gehen wir zurück zu unserem Standard-Engine X. Führen wir den mal mit diesen Einstellungen aus. Werden wir feststellen, dass dieser Port mal wieder nicht startet. Gucken wir uns mal die Logs an. Er startet zwar, aber er wird dann immer wieder gekillt. Das sehen wir an den Restarts und einem Crash-Loop-Back-Off hier. Und wenn wir in die Logs gucken, sehen wir hier, wurde halt der Zugriff auf eine bestimmte Datei verboten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Datei root gehört, aber er ja jetzt als User 100.000 ausgeführt wird. So, wenn wir es jetzt geschafft haben, unseren Pod nicht als root auszuführen, wollen wir ja, wie gesagt, dass es so bleibt. Dazu habe ich mal nur für Demo-Zwecke ein Docker-Image gebaut, in dem man sudo ausführen kann. Standardmäßig läuft das als unprivilegierter User 1000, 1000 vorbildlich. Nicht so vorbildlich ist, dass es da drin jetzt halt sudo gibt und ich Befehle mit sudo ausführen kann. Zum Beispiel sudo ID zeigt uns, dass das jetzt als root ausgeführt wurde. Wenn ich das Gleiche jetzt mit allowPrivilegeEscalation gleich false ausführe, wird mir ein Fehler angezeigt. Nämlich, dass die effektive UID nicht 0 ist und sudo deshalb einen Fehler wirft. Problem behoben. Das Thema Service-Links wollte ich euch auch nochmal kurz zeigen. Ich starte jetzt hier einfach mal einen Pod. Ich deploye einen Service und dann lasse ich mir das Environment innerhalb des Pods anzeigen und sehe hier, dass es eine ganze Latte von Environment-Variablen gibt, die auf diesen Service abzielen. Wenn ich jetzt in diesem Port enableService-Links auf false setze, sind die nicht mehr da. Relativ einfach behoben. Beim seccomp ist es wie gesagt entsetzlicherweise so, dass das standardmäßig explizit von Kubernetes deaktiviert wird. Das können wir wie folgt sehen, indem wir in unserem Container in das PROC-Pseudo-File-System gucken. Dort sind Informationen zu allen Prozessen abgelegt in Linux. Eins ist die Prozess-ID. Der Hauptprozess in meinem Container hat die Prozess-ID 1 und dort lassen wir uns den Status anzeigen und suchen da drin nach seccomp. Dann kriegen wir hier angezeigt seccomp gleich 0, das heißt, es ist kein seccomp-Profil aktiv. Wenn wir das gleiche jetzt mal mit seccomp-Annotation ausführen und nochmal abfragen, ob seccomp jetzt aktiv ist, bekommen wir zwei, das heißt, es ist ein Profil aktiv. Ich hatte euch schon auf den Folien angekündigt, dass wir einmal Capabilities droppen werden und dann schauen, welche wir wirklich brauchen. Führen wir mal den Nginx ohne Capabilities aus. Super Showcase, funktioniert nicht mehr. Gucken wir in die Logs, was da los war und sehen, dass der CH-Own, also den User von einer Datei ändern wollte und das durfte er nicht, weil er halt die Capability nicht hat. Wie kriegen wir das jetzt am einfachsten raus? Welche Capabilities der braucht? Das kann man jetzt natürlich in Kubernetes alles empirisch machen, aber schneller geht es lokal. Ich kann das Ganze auch mit Docker ausführen hier. CapDropAll und habe jetzt hier die Fehlermeldung reproduziert. Na ja, CH-Own, komme ich ziemlich schnell auf den Trichter, dass es da eine eigene Capability dafür gibt. Deshalb füge ich die jetzt hier mal hinzu. Und zack, kommen wir zum nächsten Fehler. Nginx will an Port 80 binden. Und auch da findet man ziemlich schnell raus, dass man in Linux eine eigene Capability braucht, um an Ports kleiner 1024 zu binden. Und so weiter und so fort. Das machen wir lang genug, bis der Container dann bei uns läuft und dann haben wir die notwendigen Capabilities eben rausbekommen. Die können wir dann in Kubernetes eintragen. Hier für Nginx braucht diese vier. Und damit läuft dann Nginx mit Least Privilege, also mit diesen vier Capabilities und nicht mit allen, was weiß ich, 15 Stück, die Docker sonst standardmäßig vergeben wird. Besser wäre es natürlich, ein Image zu finden, das gar keine Capabilities braucht. Und da sind wir wieder beim Engings Unprivileged. Dort kann ich einfach Drop Capabilities All machen und der Container startet trotzdem. Ähnlicher Ablauf beim Read-Only-Root-Filesystem. Da packe ich jetzt nochmal meinen Docker-sudo-Port aus. Dort kann ich jetzt einfach sudo-update ausführen und danach, also die Paketquellen aktualisieren und danach weitere Anwendungen installieren. Das kann ich ganz einfach verhindern durch das Read-Only-Root-Filesystem, dadurch, dass die Paketquellen ja im Container Image gespeichert werden sozusagen. Und wenn man da nicht mehr schreiben kann, klappt das nicht mehr. Also setzen wir Read-Only-Root-Filesystem, führen nochmal sudo-update aus und sehen hier eine ganze Menge von Fehlern, die an und für sich alle das Gleiche sagen. Hier Read-Only-Root-Filesystem, ich kann diese Paketdatei nicht aktualisieren. Kleine Notiz am Rande, das Problem oder diesen Angriffsvektor hätte man auch mit Network-Policies erschlagen können, indem man eben eine entsprechende Egress-Policy in den Cluster einfährt. Das zeige ich euch jetzt aber hier nicht, das könnt ihr euch in der Demo zu Hause mal ansehen. Bei Read-Only-Root-Filesystem ist es halt leider auch so, dass die häufig Herausforderungen schaffen, im Sinne von, dass gewisse Dateisysteme einfach beschreibbar sein müssen. Gewisse Ordner im Dateisystem, zum Beispiel Temp. Das werde ich euch hier mal wieder am Nginx Paradebeispiel zeigen. Der funktioniert nicht mit einem Read-Only-Root-Filesystem. Gucken wir doch mal in die Logs, was da das Problem ist. Und sehen, dass er nach VAR-Cache-Engines schreiben wollte. Und letztes Mal ging das nicht wegen CHO, und diesmal geht es nicht wegen Read-Only-Root-Filesystem. Wie kriegen wir also raus, welche Verzeichnisse wir eigentlich mounten müssen? Auch da würde ich den einfach wieder lokal starten, einmal den Container hier mit Docker. Und dann gibt es den Docker-Diff-Befehl. Der zeigt im Wesentlichen den Inhalt des Writable-Layers des Containers an. C steht für Changed, A für Edit. Und mit zwei Blicken kann ich da jetzt relativ schnell sehen, welche Verzeichnisse hier eigentlich geändert werden. Und die mounte ich mir jetzt einfach in meinem Kubernetes-Pod als empty-deer. Also ich lege die erstmal als empty-deer-Volume an und mounte sie dann an die entsprechenden Stellen im Container. Und siehe da, jetzt läuft unser Nginx auch mit einem Read-Only-Root-Filesystem deutlich sicherer als vorher. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht abgeschreckt mit den vielen Herausforderungen, die da lauern könnten. Deshalb habe ich zum Abschluss nochmal ein Beispiel, das alle diese Punkte auf einmal implementiert und das ohne großen Aufwand zu verursachen. Es ist das Nginx-Unprivileged-Beispiel. Das hatten wir jetzt ja schon öfter. Das Gleiche gilt aber auch für Spring-Anwendungen oder Spring-Boot-Anwendungen beispielsweise. Bei uns, bei Cloud-Ogo, nutzen wir das, diese Einstellung ohne große Probleme mit unseren Spring-Boot-Anwendungen. Das Einzige, was wir wirklich tun mussten, ist dieses empty-deer-Volume anzulegen und an die entsprechende Stelle zu mounten. Und dann läuft das auch. Und um das einmal zu zeigen, dass es wirklich läuft, schicke ich jetzt mal einen echten Web-Request an diesen Nginx und sehe, dass hier die Standardseite von Nginx zurückkommt. Damit bin ich mit dieser Demo am Ende und möchte noch einmal kurz zusammenfassen, was ich zum Thema Security-Kontext zu empfehlen habe. Startet auf jeden Fall mit möglichst wenig Rechten, denn nachher aufweichen ist immer einfacher als andersrum. Und dieses nachher aufweichen tut das nur, wenn es wirklich keinen anderen pragmatischen Weg gibt. Denn häufig gibt es Möglichkeiten, Anwendungen eben mit diesem empfohlenen geringen Least-Privilege-Ansatz auch auszuführen. Damit sind wir beim letzten Thema dieses Vortrags, Pod Security Policies. Wie ich schon angeteasert habe, sind Pod Security Policies relativ nahe zum Security-Kontext, denn man kann die gleichen Einstellungen damit umsetzen, nur eben clusterweit. Zusätzlich gibt es noch ein paar andere Einstellungen, die ich damit machen kann, die noch mehr Sicherheit bieten. Deshalb empfehle ich euch generell den Einsatz von Pod Security Policies. Man muss allerdings wissen, dass sie deutlich mehr Aufwand verursachen als Security-Kontexts und sie haben leider auch eine etwas andere Syntax. Was es genau mit dem Aufwand auf sich hat, werden wir jetzt im Folgenden sehen. Ich fange mal an, was ich euch empfehle. Das ist zunächst mal dasselbe wie beim Security-Kontext, also die gleichen Einstellungen, nur halt eben in der PSP-Syntax. Plus es gibt noch einige Sachen, die sind, einige Einstellungen, die ich auf Pods machen kann, die sind zwar standardmäßig sicher, aber bieten sicherheitstechnisch relativ viele Möglichkeiten, die nachteilhaft sind. Ich kann beispielsweise als jemand, der Pods deployen darf, den Pod einfach im Namespace, im Linux-Namespace des Hosts ausführen. Und das bedeutet dann, dass ich zum Beispiel an die Ports eines Kubernetes-Nodes direkt binden kann. Oder dass ich von dort aus auf andere Prozesse zugreifen kann. Und das gilt es natürlich zu verhindern. Außerdem kann ich mir beliebige Host-Paths, also Verzeichnisse aus dem Kubernetes-Node in meinen Pod rein mounten. Und darunter fällt zum Beispiel auch der Docker-Socket, so ihr den Docker verwendet, in eurem Kubernetes-Cluster. Und wer Zugriff auf den Docker-Socket hat, der ist quasi root auf dem Node. Das gilt es also auch zu verhindern. Apropos root auf dem Node, das kann man auch einfacher haben, nämlich indem man einfach das Privileged-Flag setzt. Privileged in dem Kontext heißt, also entspricht dem Privileged-Flag, das Docker hat. Und das löst im Wesentlichen die Isolation, die der Container auf dem System hat, auf. Und man wird dazu zu einem ordinären Prozess auf dem System ohne Isolation, hat entsprechende Rechte als root und so weiter. Auch das gilt es zu verhindern. Und schlussendlich gibt Kubernetes, was das AppArmor-Profil angeht, keine Vorgaben. Es ist standardmäßig aktiv, aber man kann es halt explizit ausschalten. Und auch das lässt sich mit PodSecurity-Policies verhindern. Wie sieht das also konkret aus? So, das hier ist die PodSecurity-Policies-Syntax. Das ist eine eigene Ressource in Kubernetes. Und auf dieser Folie habe ich mal zusammengefasst, wie man alle Einstellungen aus dem Security-Kontext eben jetzt in dieser PodSecurity-Policies-Syntax abbildet. Für seccomp gibt es gleich zwei Annotationen. Die erste beschreibt, welches Profil standardmäßig aktiviert wird. Also standardmäßig ist es keins. Wenn ich diese Policy anwende, ist es standardmäßig der Default der Container Runtime. Allerdings läuft man auf einen Fehler, denn dieses Profil ist gar nicht erlaubt, wenn man nicht auch noch diese Allowed-Annotation hinterher schiebt. Für Drop-Capabilities gibt es auch zwei Einstellungen, und zwar führt Required Drop-Capabilities erst mal dazu, dass eben nicht diese standardmäßig 15 Capabilities in jedem Container zugelassen werden, sondern erst mal mit keiner Capability ausgeführt wird. Wie wir gerade im Security-Kontext-Beispiel gesehen haben, kann ich ja nachträglich dann wieder welche hinzufügen. Und wer das verhindern will, nutzt diese zweite Option Allowed-Capabilities und setzt sie auf ein leeres Array. Bei Allowed-Privilege-Escalation gibt es erst mal diesen Default-Wert, der standardmäßig true ist, den kann ich auf false setzen. Ich kann jetzt zusätzlich mit dem Allowed-Privilege-Escalation gleich false erzwingen, dass das auch niemand nachträglich über den Security-Kontext auf true setzt. Wenn das jemand tut, dann wird dieser Port von Kubernetes abgelehnt, wenn diese PSP effektiv ist. Beim Read-Only-Root-Filesystem gibt es nur einen Wert. Wenn ich den auf true setze, dann ist es wie jeden Port auf true. Und er hat auch nicht die Möglichkeit, das im Security-Kontext explizit auf false zu setzen. Bei dem Thema Non-Root gibt es verschiedene Felder. Run as User, Run as Group, Supplemental Groups, FS Group, die man alle eben auf diese Regel hier setzen kann. Must run as. Und dann Range zum Beispiel von 100.000 bis 999.000. Das führt dann schlussendlich dazu, dass jeder Container standardmäßig, also jeder Container, der das nicht explizit nennt, wird standardmäßig mit der UID 100.000 ausgeführt. Wenn ich im Security-Kontext eine andere UID angebe und sie ist kleiner als 100.000, wird der Port abgelehnt. Wenn sie in der erlaubten Range ist, dann wird er eben mit der entsprechenden User-ID ausgeführt. Ja, ich hatte euch angekündigt, dass ich noch weitere Empfehlungen habe, die ich schon erwähnt hatte. Zum Beispiel mit dem, dass der Docker-Socket nicht gemountet werden kann. Die habe ich euch auf dieser Folie mal in PSP-Syntax abgebildet. Bei AppArmor funktioniert das ähnlich wie bei SecComp mit Annotationen. Die Linux-Namespace-Geschichten kann ich hier einzeln deaktivieren. Das Privilege-Flag kann ich deaktivieren. Allowed-Host-Path verhindert zum Beispiel, dass jetzt eben der var-run-docker-sock gemountet wird. Zusätzlich kann ich das Ganze noch dadurch verhindern, dass ich Host-Path-Volumes generell verbiete. Ich muss hier allerdings explizit die Volumes angeben, die ich benutzen darf. Wenn ich das weglasse, könnte man beispielsweise keine Config-Maps, MTDRs, Secrets und so weiter mehr verwenden und dann wäre der Cluster doch sehr stark eingeschränkt. Wie verwende ich jetzt also diese PSP, wenn ich sie einmal spezifiziert habe? Das Erste, was man wissen muss, ist, dass PSPs von einem Admission-Controller ausgewertet werden. Und für viele Managed Kubernetes-Distributionen ist dieser Admission-Controller standardmäßig deaktiviert. Das heißt, PSPs werden einfach mal ignoriert. Also, erster Fallstrick oder erste Amtshandlung, wir schalten den Admission-Controller an. Bei Managed Kubernetes kann man das meistens über das Web-UI von einem entsprechenden Anbieter machen oder über deren Command-Line-Tool oder über Terraform kann man das dann auch meistens als Parameter mitgeben. Dann als nächster Schritt definiere ich die PSP. Das haben wir ja gerade gesehen. Und als letztes muss diese dann noch aktiviert werden und das geschieht über Role-Based-Access-Control. Da habe ich gleich nochmal einen eigenen Foliensatz dazu, wie das genau funktioniert. Ich habe euch an der Stelle jetzt noch einmal, um das Ganze konkreter zu machen, hier die Datei verlinkt, die ich euch auch gleich im Demo nochmal zeigen werde. Ja, die Aktivierung über Role-Based-Access-Control ist ein etwas längerwieriger Vorgang, den ich euch versucht habe, hier mal grafisch aufzubereiten. Wir fangen an mit unserer Pod Security Policy, wie wir sie auf der vorletzten Folie gesehen haben zum Beispiel. Und diese muss jetzt autorisiert werden. Dazu erlauben wir die Nutzung in einer Cluster-Role. Diese Cluster-Role binden wir mittels Cluster-Role-Binding an ein Subject, zum Beispiel einen Service-Account. Und diesen Service-Account können wir dann in unseren Pod eintragen. Und so funktioniert dann diese Kette vom Pod bis zu der erlaubten Nutzung der Pod Security Policy. Ein Punkt hier, Cluster-Role bzw. Role und Cluster-Role-Binding bzw. Role-Binding bedeutet einfach nur, das Cluster-Role bezieht sich auf den ganzen Cluster und die Role nur auf einen speziellen Namespace. Wenn man sich diese Kette jetzt anguckt, kann man sich schon denken, dass da das ein oder andere schief geht, schief gehen kann, wenn man nicht aufpasst. Und das bringt mich jetzt zu den Fallstricken im Bereich Pod Security Policies. Dort ist das erste gleich mal, dass diese Role-Based-Access-Control-Kette, die wir gerade gesehen haben, lose gekoppelt ist. Das heißt, ich gehe nochmal kurz zurück, diese Verbindung hier, Service-Account, Role-Binding, Role-Binding, Cluster-Role, Cluster-Role, Pod Security Policy, die ist lose gekoppelt. Das heißt, die bezieht sich immer nur auf den Namen. Da wird nicht geprüft, ob das entsprechende Objekt schon im Cluster vorhanden ist. Das heißt, wenn ich einen Schreibfehler mache, nimmt der Cluster das trotzdem erstmal, also der API-Server das trotzdem erstmal entgegen. Und ich werde den Fehler erst sehr viel später feststellen, wenn ich mich wundere, warum meine PSP nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Die zweite große Herausforderung ist der Admission-Controller. Wie der Name Admission-Controller schon suggeriert, wird der die PSPs beim Eintreffen beim API-Server evaluieren. Wenn die da einmal durch sind und die Pods laufen und ich ändere nachträglich die PSP oder Role-Base-Exit-Control oder dergleichen, dann wird das keinen Einfluss mehr haben auf schon laufende Pods. Also hier muss man halt auch im Zweifel über einen Results aller Pods nachdenken. Das nächste Thema ist, wenn der Admission-Controller nicht aktiv ist, werden PSPs einfach ignoriert. Das heißt, man hat ein falsches Gefühl der Sicherheit. Wenn man einen anderen Fall hat, dass man den Admission-Controller aktiv hat, aber keine PSP hat, dann merkt man das schnell, denn es können dann keine Pods mehr ausgeführt werden. Das werden wir gleich in der Demo auch nochmal sehen. Und ein letzter Punkt, der bei mir die eine oder andere Herausforderung ausgelöst hat im Bereich PSP, sind die Einordnung von PSPs im API von Kubernetes. Das ist ja in Gruppen unterteilt und PSPs waren ursprünglich in der Extensions-Group, wurden kurz danach in die Policy-Group verschoben und mit Kubernetes 1.16 wurde dann die Extensions-Group deprecated. Das heißt, ab Kubernetes 1.16 wird diese Gruppe nicht mehr vom API-Server geliefert und wenn ich mit so einer Ressource gegen den API-Server komme, dann sagt er mir, kenne ich nicht, lehne ich ab. Die Herausforderung dabei, die ich hatte, ist, dass die Cluster-Roles und Roles, dort muss man ja die API-Group angeben und ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Kubernetes 1.16 hat nur die Extensions-Group funktioniert und bei Kubernetes größer gleich 1.16 hat nur die Policy-Gruppe funktioniert. Das muss man erst mal wissen, denn wenn man einfach stumpf in die Doku guckt, das da rauskopiert und es dann nicht funktioniert, dann sucht man da eine ganz schöne, bis man den Fehler gefunden hat. Plus, wenn man halt dann migriert von kleiner Kubernetes 1.16 auf 1.16+, muss man daran denken, dass man alle seine Robust-Access-Control-Bindings anpassen muss. Ja, wenn man mal so einen Fehlerfall hat, möchte ich euch so ein paar Tipps an die Hand geben, wie man sich dem nähern kann. Zum einen kann man abfragen, welche PSP hat eigentlich ein bestimmter Port. Ich kann mich, ich kann fragen, ob ein Service-Account für eine PSP berechtigt ist. Also im Wesentlichen kann ich damit diese Robust-Access-Control-Kette einmal testen. Wenn ich den anderen Standpunkt einnehmen will und mir eine Übersicht anzeigen lassen will, welche Rechte hat, wer hat eigentlich alles Rechte auf diese PSP, kann ich ein Kube-Control-Plugin verwenden, nämlich Kube-Control-Who-Can und ein weiteres Plugin ist Kube-Control-Robus-R-Bag-Lookup. Damit kann ich mir die andere Seite anzeigen lassen, nämlich welche Rechte hat mein Service-Account eigentlich alle. Auch Port Security-Policies haben natürlich ihre Limitierungen. Fangen wir mal an mit meinen Bonuspunkten aus dem Security-Kontext, zum Beispiel Navis-Service-Links und Automount-Service-Account-Token kann ich nicht clusterweit verändern. Das wäre denkbar über einen Web-Hook, der vom Mutating-Admission-Controller aufgerufen wird, zu implementieren, aber ich habe bisher noch keine solche Implementierung gefunden, wäre darüber aber denkbar. Der größte Klemmer, den ich derzeit mit PSPs habe, ist, dass der in Zukunft nicht so ganz sicher ist. Es gibt schon seit einigen Jahren diesen Kubernetes-Enhancement-Issue, wie ihr sehen könnt, an der niedrigen User-ID, an der niedrigen Issue-ID ist ja da schon eine ganze Weile, in dem es eigentlich darum gehen sollte, wie werden Port Security-Policies eigentlich general-available, die sind derzeit noch im Beta-Stadium. Und im Moment sieht es in diesem Issue so aus, als würden die vielleicht niemals general-available, sondern man sucht nach Alternativen, weil PSPs also ein bisschen umständlich zu verwenden sind. Was allerdings auch immer wieder betont wird in diesem Issue ist, ist, dass es erst dann zu einer potenziellen Deprecation kommt, wenn es einen klaren Migrationspfad gibt. Was da im Gespräch ist, ist zum Beispiel, dass PSPs out-of-tree weiterentwickelt werden, also aus dem Kubernetes-Core abgespaltet werden in ein eigenes Repo, ähnlich wie es bei den CNI-Plugins auch funktioniert hat. Oder aber, dass man die Funktionalität von PSPs durch ein Schwesterprojekt in der Cloud-Native Computing Foundation von Kubernetes, nämlich Open Policy Agent, implementiert. Möglicherweise wird auch beides gemacht. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, es gibt derzeit keine Alternative für PSP und der Aufwand ist gar nicht so groß, denn es ist ja eingebaut in Kubernetes. Deshalb bleibt meine Empfehlung, das zu benutzen, bestehen. Denn auch wenn das irgendwann mal deprecated wird, glaube ich, es wird genug Leute geben, die einem da bei der Migration Tipps geben können. Was ich euch bisher jetzt noch verheimlicht habe, ist, den Fall, den wir bei Security im Security-Kontext durchgespielt haben. Was ist denn, wenn ein Pod mal mehr Rechte braucht als meine Least-Privileged-PSP? Meine Antwort darauf ist, das kann man über eine Art Whitelisting mittels Robust-Access-Control lösen. Und naja, dieses Bildchen kennt ihr ja schon. Was wir tun werden, ist, wir duplizieren unsere Least-Privileged-PSP, weichen davon halt dann den Punkt auf, den wir aus irgendwelchen Gründen für unseren Pod glauben, aufweichen zu müssen. Erlauben dann die Nutzung dieser PSP über eine neue Rolle, also nicht eine Cluster-Rolle, sondern eine Rolle, dass es Namespaced ist, also dass halt nicht so viele Leute die Möglichkeit haben, diese Rolle zu nutzen. Dann erzeugen wir einen Service-Account, speziell für unseren Pod. Ein Role-Binding, was die Rolle an diesen Service-Account bindet. Und schlussendlich verwenden wir den Service-Account in unserem Pod und haben damit halt jetzt effektiv eine Ausnahme für diesen einen Pod geschaffen. Ja, deutlich aufwendiger als Security-Kontext. Ist auch, wie gesagt, nicht der Weg, den ich empfehle, sondern versucht lieber eure Anwendungen mit Least-Privileged auszuführen, weil das deutlich sicherer ist. Wenn ihr ein Beispiel braucht, das habe ich hier verlinkt, ist Teil des Demos. Ich werde es allerdings aus Zeitgründen im Vortrag nicht zeigen, aber wenn euch das interessiert, wenn ihr Bedarf habt, schaut es euch da an. Demo ist ein gutes Stichwort. Kommen wir zur letzten Demo dieses Vortrags. Auch hier habe ich wieder ein Cluster oder im gleichen Cluster ein Namespace aufgebaut und zeige euch ein paar Beispiele mit den schon bereits beinahe liebgewonnenen Images Engings und Engings Unprivileged. Ich habe jetzt aber hier auch zusätzlich zwei Pod Security Policies mit im Spiel. Ach, bin ich schon. Auch hier habe ich wieder eine interaktive Demo, was ist... Auch hier habe ich wieder eine interaktive Demo. Und auch hier fangen wir mal wieder damit an, einfach mal einen Nginx zu deployen. Warten kurz, bis der bereit ist und fragen dann mal ab, welche PSP verwendet er eigentlich? Wir sehen hier, es wird eine Privileged PSP verwendet. Die habe ich im Vorfeld in diesem Cluster eingerichtet, denn sonst hätten wir ja den Zustand keine PSP, kein Pod ist ausführbar. Und diese Privileged PSP habe ich einfach der offiziellen Kubernetes-Doku entnommen. Das ist quasi die PSP, die den geringsten Einfluss hat, also die quasi so ist, als hätte man keinen PSP. Das ist kein guter Startpunkt, nur für Demo-Zwecke habe ich das jetzt hier einmal getan. Und wir werden jetzt, sehen jetzt hier diese Clusterrolle und das Clusterrollbinding, über die diese PSP erlaubt wird. Also ich sehe hier in der Clusterrolle, es wird die Nutzung einer Pod Security Policy mit dem Namen Privileged erlaubt. Und das hier ist diese API-Gruppe, die halt entsprechend von der Kubernetes-Version abhängt. Dann habe ich das Clusterrollbinding. Dort wird, ich scroll da mal ein bisschen, dort wird jetzt diese Clusterroll mit dem Namen Privileged erlaubt an alle Gruppen, an alle Mitglieder der Gruppe System Service Accounts. Das ist eine in Kubernetes eingebaute Gruppe, in der alle Service Accounts sind. Und damit können jetzt alle Pods diese PSP verwenden. Ja, wie schon gesagt, ist das kein so guter Zustand, weil die PSP bringt nichts, sie erlaubt ja alles. Also entfernen wir sie doch mal. Dazu entferne ich jetzt einfach dieses Clusterrollbinding und damit darf jetzt kein Pod mehr eine PSP verwenden. Was jetzt passiert ist, was jetzt passiert, sehen wir erst, wenn wir den Pod löschen. Wie schon gesagt, der Mission Controller, der würde jetzt einfach weiterlaufen. Jetzt lösche ich den Pod malen und würde jetzt davon ausgehen, dass er ein Deployment ist, dass das Deployment wieder einen neuen Pod startet. Es gibt jetzt aber gar keine Pods. Das ist ja merkwürdig. Also schauen wir uns jetzt hier mal das Deployment an, also den Controller. Ich spare mir jetzt hier einen Schritt, weil ich schon weiß, dass Deployments Replica-Sets verwenden, die dann eigentlich den Pod verwalten. und schaue mir direkt das Replica-Set an und sehe jetzt hier, das Replica-Set würde gern einen Pod ausführen, hat aber keinen. Und was da das Problem ist, kann ich mir dann mit kub-control-describe anzeigen und sehe jetzt hier forbidden, unable to validate against any Pod security policy. Das ist eben dieser klassische Fehler, wenn der Admission Controller aktiv, aber keine Pod security policy autorisiert ist. Also ändern wir das doch mal und führen unsere restriktive Least Privileged PSP ein. Das ist jetzt das, was ich euch auf den Folien gezeigt habe, zusammengefasst in einer großen PSP. Wenig überraschend und unten auch wenig überraschend der Role-Bis-Access-Control-Teil. Cluster-Role sieht genau gleich aus wie vorher, heißt jetzt nur halt restricted statt privileged und bezieht sich auf eine PSP mit dem Namen restricted. Und das Cluster-Role-Binding ist jetzt sogar genau das, was ich gerade gelöscht habe, nur dass es jetzt halt die Nutzung der restricted PSP erlaubt und nicht mehr der privileged. Auch hier wollen wir wieder alle Pods neu starten. Ich lösche jetzt einfach mal das Replica-Set und dann schauen wir uns doch mal das neue Replica-Set an. Also das Deployment hat jetzt ein neues Replica-Set erzeugt und wir sehen jetzt hier, es hat auch jetzt einen Pod anlegen können. Also schauen wir uns doch den mal an. Und da gibt es jetzt zwar einen Engings-Pod, aber der ist nicht gestartet. Also schauen wir uns mal die Logs an und sehen jetzt hier den schon fast bekannten Fehler Read-Only-Root-File-System. Das heißt, die PSP hat jetzt in diesem Pod das Read-Only-Root-File-System-Flag gesetzt und deshalb kann Nginx nicht starten. Ja, meine Empfehlung ist jetzt, wie schon mehrfach betont, ändert eure Anwendung, sodass sie eben mit diesen PSPs ausführbar sind. Und in unserem Fall ist das jetzt natürlich mal wieder der Nginx unprivileged, bei dem wir eben nur an die Stelle Temp ein MTD-R-Volume mounten müssen. Und den Deployen wir jetzt mal. Und der läuft jetzt auch mit dieser einschränkenden PSP. Eine andere Option wäre jetzt, wie gesagt, halt dieses Whitelisting, was ich euch aus Zeitgründen hier nicht zeige und auch aus didaktischen Gründen, denn es ist ja nicht der empfehlenswerte Weg. Und ja, damit komme ich jetzt zum Ende meines Vortrags. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich euch mit diesen drei Teilen mitgeben wollte oder empfehlen will, ist im Wesentlichen, dass ihr nicht alle, nicht beliebige Verbindung zwischen euren Pods zulasst, dass ihr das einschränkt, zum Beispiel durch Network Policies oder ein Service Mesh, wenn ihr gerade eins zur Hand habt und dass ihr eure Container mit möglichst wenigen Rechten startet. Das kann man entweder über einen Security-Kontext implementieren, was minimalinvasiv ist, aber halt redundant und nicht so sicher wie eine PSP. Oder man implementiert es mit PSP. Wenn man das von Anfang an durchzieht, ist der Aufwand damit auch meines Erachtens durchaus überschaubar. Ja, ich bin Johannes Schnatterer von der Cloudogu GmbH. Ich danke euch fürs Zuhören. Bei Cloudogu mache ich DevOps und arbeite auch als Trainer. Also wenn ihr Lust habt, mit mir mehr über Kubernetes zu reden oder insbesondere eben über Kubernetes Security, dann schaut euch doch mal unser Schulungsangebot an. Eine andere Option, sich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ist eine Artikelserie zum Thema Kubernetes Security, die ich derzeit schreibe und die schon beim Java Spektrum veröffentlicht wurde. Ende letzten Jahres kamen da die ersten Artikel raus und die werden dann immer einige Wochen nach der Veröffentlichung im Magazin auch auf unserem Cloudogu Blog gepostet. Also könnt ihr da auch gerne mal reingucken und folgt uns doch bei Twitter, dann kriegt ihr auch mit, wenn da neue Artikel erscheinen. Und wie lange angekündigt und mehrfach versprochen, hier die URL zur Demo, die ich euch gezeigt habe. Dann danke ich euch fürs Zuhören und bleibt sicher.